Die Sozialwirtschaft in Deutschland steht aktuell vor großen Herausforderungen. Nicht nur die wirtschaftliche Situation wird immer schwieriger, auch der Fachkräftemangel schlägt sich in vielen Fällen in die Verwaltung durch. Die Anforderung an Transparenz und Nachweissicherheit ist elementar, um die Refinanzierung in vielen Geschäftsmodellen sicherzustellen. Gerade die Datenschätze, die innerhalb sozialwirtschaftlicher Organisationen generiert werden über beispielsweise mobile Datenerfassung, liegen hier oft brach, da die Fäden für das Controlling nicht zusammenführbar sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es zunehmend wichtig, Business Intelligence Tools zu befähigen, sowohl Daten aus der Finanzverwaltung als auch aus der Personal- und Leistungsverwaltung zusammenzuführen, um relevante Kennzahlen, komplexe Kennzahlen, komplexe Prognosen bilden zu können, abbilden zu können und die Zukunft der sozialwirtschaftlichen Organisationen damit aktiv steuern zu können. Dies ist elementar wichtig, um die Zukunftsfähigkeit sozialwirtschaftlicher Träger sicherzustellen und gut in eine gemeinschaftliche Zukunft gehen zu können.